hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von tube to brain photoshop tutorials heute gibt es kein tutorial in der normalen form wie sonst ich werde euch heute ein video zeigen bzw einen speed art das video läuft ein bisschen schneller ihr könnt dabei zugucken und lernt dann praktisch wie man diesen farb look oder diesen effekt erstellen kann das bild was wir heute benutzen ist von facetalk auf deviantart und den link dazu findet ihr natürlich wie immer unten in der video beschreibung viel spaß bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020